Willkommen im Richtige Wahl. Heute werden wir uns die besten Gaskochfelder ansehen. Die Candy CHW 6LB ABN ist ein stilvolles schwarzes Gaskochfeld, das perfekt für moderne Küchen geeignet ist. Sie bietet vier Brenner unterschiedlicher Größe und Leistung, wodurch sie große Flexibilität beim Kochen mit verschiedenen Topf- und Pfanngrößen bietet. Die Steuerung erfolgt über seitlich angebrachte Drehknöpfe, die nicht nur leicht zugänglich, sondern auch sicherer für Haushalte mit Kindern sind. Diese Kochplatte ist mit einem integrierten elektrischen Zündsystem ausgestattet, das das Anzünden der Brenner sehr einfach macht. Ein Nachteil dieses Modells ist, dass für die Installation ein Elektriker und ein Gasinstallateur erforderlich sind, was zusätzliche Kosten und Aufwand bedeuten kann. Außerdem ist die Gaszufuhrleitung nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Einige Nutzer haben auch berichtet, dass die Drahtgitter nicht so robust sind wie erwartet. Zusammengefasst ist dieses Gerät eine hervorragende Wahl für diejenigen, die ein effizientes und stilvolles Gaskochfeld suchen. Ihre einfache Bedienung und die Sicherheitsfunktion machen sie zu einer soliden Ergänzung für jede Küche. Weitere Informationen und die aktuellen Preise finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Die Bosch PGH 6B5 B90 ist ein hochwertiges Gaskochfeld, das aus Edelstahl gefertigt ist und ein modernes, elegantes Design bietet. Es verfügt über vier Kochzonen, darunter einen leistungsstarken Wokbrenner mit 3.300 Watt, der sich perfekt für schnelles Braten und die Zubereitung asiatischer Gerichte eignet. Die gusseisernen Pfannenstützen sorgen für Stabilität und sind gleichzeitig robust und langlebig. Die Bedienung erfolgt über ergonomisch gestaltete Drehknöpfe, die eine präzise Kontrolle der Gasflamme ermöglichen. Ein möglicher Nachteil dieses Modells ist, dass Edelstahloberflächen anfällig für Fingerabdrücke und Flecken sind, was eine häufigere Reinigung erfordert. Zudem berichten einige Nutzer, die Installation möglicherweise kompliziert sein kann und professionelle Hilfe erforderlich ist. Auch wenn die Pfannenstützen robust sind, können sie schwer zu reinigen sein, wenn sie stark verschmutzt sind. Insgesamt ist dieses Gerät eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein zuverlässiges und stilvolles Gaskochfeld suchen. Es bietet hervorragende Kochleistung und Langlebigkeit. Weitere Informationen und die aktuellen Preise finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Die Siemens EN6B6P B90 ist ein elegantes und modernes Gaskochfeld aus der IQ 300 Serie. Sie ist mit vier Kochzonen ausgestattet, darunter ein leistungsstarker Rapid Brenner mit 3000 Watt, der sich perfekt für schnelles Kochen eignet. Das Kochfeld besteht aus gehärtetem Glas, was nicht nur für eine stilvolle Optik sorgt, sondern auch für einfache Reinigung und Pflege. Die Bedienung erfolgt über ergonomisch gestaltete Drehknöpfe an der Vorderseite, die eine einfache und präzise Steuerung der Flamme ermöglichen. Ein Nachteil dieses Modells ist, dass es keinen Wok Brenner gibt, was für diejenigen, die häufig asiatische Gerichte zubereiten, ein Manko sein könnte. Zudem kann die Installation etwas komplex sein und erfordert einen zertifizierten Gasinstallateur. Die glatte Glasoberfläche kann anfällig für Kratzer und Flecken sein, was regelmäßige Pflege notwendig macht. Zusammengefasst ist dieses Gerät eine hervorragende Wahl für alle, die ein stilvolles und funktionales Gaskochfeld suchen. Ihre leistungsstarken Brenner und die benutzerfreundliche Bedienung machen das Kochen effizient und angenehm. Weitere Informationen und die aktuellen Preise finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Der AEG HGB 64400SM ist ein 60 cm breites Gaskochfeld, das aus hochwertigem Edelstahl gefertigt ist und über vier Gasbrenner verfügt. Die Speedburner-Technologie sorgt dafür, dass die Hitze direkt auf den Boden der Pfannen geleitet wird, was das Kochen schneller und effizienter macht. Das Kochfeld ist mit robusten Gusseisenrosten ausgestattet, die für Stabilität und eine professionelle Optik sorgen. Die Bedienung erfolgt über ergonomische Drehknopfe, die auch die integrierte Zündung steuern, sodass kein Feuerzeug benötigt wird. Ein möglicher Nachteil dieses Modells ist, dass die Edelstahloberfläche anfällig für Fingerabdrücke und Flecken ist, was regelmäßige Reinigung erfordert. Außerdem ist die Installation etwas aufwändig, und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Nutzer haben auch berichtet, dass die Roste schwer zu reinigen sein können, wenn sie stark verschmutzt sind. Insgesamt ist dieses Gerät eine hervorragende Wahl für diejenigen, die ein effizientes und stilvolles Gaskochfeld suchen. Es bietet eine schnelle und präzise Hitzeverteilung und ist dank der Sicherheitsabschaltung und der integrierten Zündung sehr benutzerfreundlich. Weitere Informationen und die aktuellen Preise finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Der Candy CVG 74 WPB ist ein stilvolles und funktionales 75 cm breites Gaskochfeld, das mit fünf Kochzonen ausgestattet ist, einschließlich eines leistungsstarken Doppelkronenbrenners mit 4 kW, ideal für schnelles und intensives Kochen. Die Oberfläche aus gehärtetem Glas vereint der Küche eine moderne Ästhetik und ist gleichzeitig robust und leicht zu reinigen. Die Gusseisen-Pfannenstützen sorgen für Stabilität und eine gleichmäßige Wärmeverteilung, wodurch das Kochen effizienter wird. Die Steuerung erfolgt über leicht zugängliche Drehknöpfe aus Edelstahl, die präzise Temperaturkontrolle ermöglichen. Ein Nachteil dieses Modells könnte sein, dass die Glasoberfläche anfällig für Kratzer und Flecken ist, was regelmäßige Pflege erfordert. Zudem kann die Installation eines Gaskochfeldes komplex sein und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Insgesamt bietet dieses Gerät eine ausgezeichnete Mischung aus Stil, Leistung und Sicherheit, was ihn zu einer idealen Wahl für jede moderne Küche macht. Weitere Informationen und die aktuellen Preise finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Der AEG HGB 75-400SM ist ein 75 cm breites Gaskochfeld aus Edelstahl, das speziell für große Familien und ambitionierte Köche entwickelt wurde. Es verfügt über fünf Brenner, einschließlich eines zentralen Wokbrenners, der eine hohe Leistung von bis zu 3 kW bietet und somit ideal für das Kochen bei hohen Temperaturen geeignet ist. Die robuste Bauweise und die hochwertigen Gusseisen-Pfannenstützen sorgen für eine stabile und sichere Nutzung. Ein Hauptvorteil dieses Kochfeldes ist die automatische Zündung, die den Kochvorgang beschleunigt und erleichtert. Darüber hinaus verfügt das Modell über eine Flammenausfallsicherung, die den Gasfluss automatisch unterbricht, wenn die Flamme versehentlich erlischt, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Ein Nachteil dieses Modells ist das Fehlen einer Kindersicherung, was in Haushalten mit kleinen Kindern ein Sicherheitsproblem darstellen kann. Zudem gibt es keinen integrierten Timer oder Restwärmeanzeige, was für manche Nutzer ein Nachteil sein könnte. Das Kochfeld erfordert eine ordnungsgemäße Installation, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Insgesamt ist dieses Gerät eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die ein vielseitiges und leistungsstarkes Gaskochfeld suchen. Weitere Informationen und die aktuellen Preise finden Sie über den Link in der Videobeschreibung. Der Electrolux EG G75-63K ist ein robustes und vielseitiges Gaskochfeld, das mit fünf Brennern ausgestattet ist. Dieses Modell verfügt über gusseiserne Topfträger, die für eine stabile und langlebige Unterstützung sorgen. Besonders hervorzuheben ist der Wokbrenner, der speziell für das Kochen mit hohen Temperaturen geeignet ist. Die automatische Zündung erleichtert den Startvorgang und die Edelstahloberfläche verleiht dem Kochfeld ein elegantes Design, das in jede moderne Küche passt. Ein Nachteil dieses Geräts ist, dass es keine integrierte Kindersicherung gibt, was in Haushalten mit kleinen Kindern ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Darüber hinaus fehlt eine Restwärmeanzeige, was die Nutzungssicherheit weiter beeinträchtigen könnte. Außerdem ist das Gerät im Vergleich zu ähnlichen Modellen etwas schwerer, was die Installation erschweren könnte. Insgesamt bietet dieses Modell eine starke Leistung und Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Kochbedürfnissen. Die Kosten für dieses Modell können über den Link in der Videobeschreibung eingesehen werden. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stilbern!